Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Die beiden lassen wir eben noch hier ein bisschen brutzeln, damit wir hier mal ein paar Knochen kriegen. Achso, haben wir schon voll. So, dann ziehen wir die beiden nochmal an und sammeln die drei hier noch und hier müssten noch irgendwo welche liegen. Da ist zum Beispiel einer. Warte mal. So, und jetzt. Pfeile liegen hier aber keine mehr. Das heißt, wir müssen uns gleich mal irgendwo wieder Pfeile machen. Und die Taschenlampe ausrüsten darf. So, wo sind die anderen Kannibalen? Lagen hier doch irgendwo? Hä, wo sind die anderen hin? Ach, hier ist noch einer. Machen wir den mal drauf. Dann haben wir die schon mal wieder voll. Komm mal hin. Aber hier lag doch noch einer. Das waren fünf oder sechs. Und nicht wie jetzt hier nur vier. Komm. Brutzel! So. Schauen wir mal, wo noch einer liegt. Irgendwo badet er doch. Oder ist er schon gedespawnt? Obwohl das glaube ich nicht. Aber immerhin gab es hier wieder Kur-Inwohner. In der Höhle. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. Da ist noch einer, glaube ich, oder? Boah. Das hätte ich nicht machen sollen. So, dann nehmen wir ein Medikament. Kriegen wir gleich bestimmt wieder. Oder liegt da hier hinten irgendwo einer? Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Entschuldigung. Ah, nochmal Pistolenteile. Also nicht Pistolenteile, sondern, äh... Dings, wie heißt das? Äh, Munition. So, warte mal. Wir können dann jetzt nochmal... Wie viele haben wir? 33. Nee? Äh, hier Federn. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Wie viele haben wir jetzt? 48. 50. 50 ist Maximum. Jetzt müssen wir noch was essen. Das heißt... 4 Stickies haben wir hier noch rumliegen. Machen wir wieder full. Und schauen wir mal, wo wir jetzt nochmal hinwollten. Den Weg. Also nicht hier, sondern... Da hinten. Hoppla. So, da vorne wollten wir weiter. Und hoffen, dass wir da... Hier, äh... Noch ein bisschen was finden. An Passagieren oder so. Aber ich fand es interessant, dass jetzt auch mal wieder Urenwohner da waren. In den Höhlen. Okay, wo geht's denn weiter? Ach, hier. Ist er denn überhaupt der richtige Weg? Ja, müsste sein. Ich glaube, das ist der. Oder? Ja, müsste sein. Okay. hört sich an, als wäre die spawnen doch wieder ist da noch jemanden? also ich sehe da jetzt keinen dann gehen wir mal wieder auf die Axt und die Taschenlampe die fast leer ist so und so haben wir hier noch ein Feuer irgendwo rumschwirren wir haben hier kein Feuer dann bauen wir uns eben eins dann schmeißen wir beide auch nochmal da drauf aber das finde ich jetzt interessant dass die irgendwann doch wieder spawnen was noch haben wir jetzt? das heißt auf den können wir nochmal so ein Reserve-Dings hier machen oh und komm und weiter geht's na ich lad den mal vielleicht nochmal auf warte mal wollten wir vielleicht nicht nach Norden gehen statt hierhin ich habe wieder Hunger hier habe ich so das Gefühl wir waren hier schon heute ja man kriegen wir wieder Stoff wieso kann ich den nicht aufheben? was ist denn da? hört sich nicht gerade gut an was da oben sich ja wonach es da oben anhört den haben wir den haben wir hier können wir ja nichts sprengen ja dann hier nochmal snacken trinken gehen wir hier nochmal hoch und schauen mal wo wir landen lassen wir mal an lassen wir mal an naja welche ist denn das? welcher Eingang? Ausgang? ah der ist noch unmarkiert hier gut dann machen wir das mal wo haben wir die Markierung? da und dann schön rot und wieder rein weil ich glaube unten haben wir noch was vergessen die sind unten ja noch nicht überall gewesen da gab es ja noch ein paar Gänge und ich habe den Verdacht dass da hinten jetzt gleich die Ureinwohner wieder gespawnt sind wo müssen wir hin? hier irgendwo nach links ne die sind nicht gespawnt ne die sind nicht gespawnt oder hier irgendwo? ne das muss schon irgendwo da sein gleich hier ähm will ich hier jetzt nicht feststecken hallo? hier haben wir noch einen Helm nö der Weg war falsch wo soll denn hier jetzt noch ein Weg sein? wo soll denn hier jetzt noch ein Weg sein? so wenn wir jetzt hier schauen genau das heißt wir müssen da irgendwo links schauen glaube ich da irgendwo links ist hier noch ein Weg irgendwo links ist hier noch ein Weg das ist der? das ist der? das ist der? so jetzt ist die Frage zuerst links oder rechts? wir könnten hier zuerst durchs Wasser oder ne wir könnten auch zuerst hier lang dann kommen wir direkt an so einem Ausgang wo wir auch wieder auf rot markieren können wenn ich den auch finde oder ankomme besser gesagt ja das kennen wir hm und dann hier ach ne wir sind geht ihr das da in der Mitte? was denn das? ok das ist aber dann die warte mal wo ist denn die andere Höhle? da unten wir sind ein bisschen weiter hoch gekommen das heißt wir müssen nochmal hier hin ja können wir nicht das heißt wir müssen nochmal den anderen Weg nehmen also doch nochmal schwimmen ja weg mit dem Ball noch ein Snickers wir haben auch Hunger hier essen zwei gibt den den noch mal Nachschub noch mal Nachschub komm und den hier und noch ein Snickers so wo sind wir genau jetzt? ah ok vielleicht da vorne gibt es zwei Möglichkeiten links oder rechts dann schauen wir mal wo wir da ankommen hier ist noch ein Passagier ich hoffe der fehlt uns auf der Liste nein kann können wir mal eintrinken jetzt gerne lieber passen nix so na wir gehen komm wir gehen erstmal da auch hin und dann wir gehen wieder leer, 17%. Und wieder. Oh, Stickies. Boah, ich hatte mich kurz jetzt wegen dem da erschrocken. Ah, wir sind hier wieder bei der Kettensäge, glaube ich. Hier der gekreuzigte Mann. Und dann war hier ob da vorne war, genau. Ne, hier war ein Ausgang. Oder? Hä? Nochmal Stoff. Nochmal Stoff, nochmal Stoff. Noch ein Spielzeugteil. Dann war hier ein Ausgang, genau. Können wir die Lichter auch rausmachen. Dann können wir den auch noch auf Rot markieren. Ja, der ist gleich leer. Und jetzt ist er leer. Ach, der hat auch keine Markierung gehabt. Dann bauen wir uns eben nochmal eine. Hier. So, wo sind wir jetzt genau auf der Map? Da hinten. Okay. Ich glaube, jeder kleine Eingang ist da auch noch irgendwie so markiert. Das hat Spiele und Haupteingang auch noch. Na, wir gehen nochmal runter. Mussten den anderen WG auch noch nehmen. So, wie viel Akku? Null. Da brauche ich gleich alle Batterien, ey. Stoff. Stoff. Spädel. Stoff, Stoff. Nochmal Spielzeug. Uh. Nochmal Geld. So, ich will den nicht hier. So, wo gehen wir hier gerade lang? Ah, ich weiß schon. Genau, wir sind wieder hier. Dann können wir hier nochmal den Staubsauger machen. Mal satt machen. Wir haben hier ganz viele Uhren. Stoff, Stoff. Molotow. Noch ein Molly. Katana können wir nicht nochmal mitnehmen. Die dicke Höhle, die kennen wir auf jeden Fall noch. Ich dachte, da hing da gerade noch jemand. Ah, noch eine Taschenlampe. Dann können wir den hier mit Taschenlampe versehen. Ne, können wir nicht. Können wir aber den hier doch. So. Dann hat der eine Taschenlampe. Der hat eine Taschenlampe. Können wir den mit Taschenlampe versehen? Warte. So. Womit können wir die noch? Handgemachter Boden und Kettensäge. Dann machen wir die Kettensäge auch noch da mit. Ne, machen wir nicht. Hätten Säge mit Taschenlampe, macht doch gar keinen Sinn. Oh, warte mal. Hätten wir ja auch machen können. Aber weg mit euch. Ich will die Stofftücher. Warte, Warte, Warte. Warte, Warte. Ich habe da Warte gehört. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir hier wieder rauskommen, den letzten Ausgang finden und dann in die nächsten Höhlen weitergehen. Ich bin's, euer Max und Deus und ciao. Ich bin's, euer Max. Ich bin's, euer Max. Ich bin's, euer Max.